hey ho leute und herzlich willkommen zu einer weiteren folge let's play crossfire heute spielen wir hero mode weil ich einfach mal wieder bock habe auf hero mode was mit dem sound stimmte alle so natürlich mini einparken und schon geht's los kurz springen einstellen und dann schauen wir mal was wir reißen hoffentlich den scheiß gut hatten den arsch auf ein paar punkte machen und dann mal schauen hoffentlich wird eine gute runde ohne hacker ohne speed hacker oder insta long life blab so ok haben wir es an bord nein die hat kein spiel der kanal also das gibt mir so auf den sack leute was sieht den ersten typen der an ein vorbeiläuft in dem spiel tech alter ja 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 long life ist ok und was soll die an von mir hier an sei ja hey du brauchst einmal hat auch hätte auch gereicht nicht fünf mal die plüste in hecke keine ahnung von kurzer das mal wieder auf die reihe kriegt bis jetzt macht keinen spaß mehr im moment das spiel zu spielen was nicht rein will einer raus von euch und viel spaß wenn wir raus was geht ab steht auch mal wieder wo was war das denn palex hat der typ wohl auf die 100 shopping hat der eine heute ist noch gar nicht drüber auch mal wieder ein mg magazin weil ja auch mehr munition bedeutet mehr kills bedeutet mehr punkte und statt du mit einer arkada ja ist gut jetzt hier die mir nicht so auf den sack das ist die wieder diese arme der da heckt der hat schon ein staff hat ist das macht das hat schon was sagt ich glaube das ist warte wir jetzt schon master sergeant der heck mit dem master sergeant account das ist auch schon relativ weit eigentlich ja da hat er sein problem ja ich darf auch mal ein kill machen juhu hansapro tut musum nein ich bin kein türke obwohl die meisten leute denken ich dass ich türkische abstammungen bewegen so hansa und so weißt du aber ist nicht so nicht dass ich jetzt irgendwas gegen typisch war oder so weil ich kenne mich da nicht mit aus weil da ist halt so und falls ihr es besser wisst was da was der typisch schreiben wollte dann könnte es ja mal mir sagen so ja jetzt checkt es wirklich nicht dass der typ hackt wisst ihr dann sind wir schon in na und hier nein der heck nicht nein natürlich hätte nicht nein der heck doch nicht nein ich will deine waffe nicht der heck nicht ja jetzt jetzt hat sein schief oder sein heck verkackt und er ist rausgeflogen zum glück doch leute das macht doch so keinen spaß und deswegen habe ich auch so wenig lust aufzunehmen weil normalerweise macht das spaß ja hier back den eis ja hier danke so weil normalerweise macht mir das sehr spaß aber immer wenn ich so hacker sehe dann habe ich kaum lust zum aufnehmen könnt ihr bestimmt verstehen ja nein ist alles in ordnung ab was nicht durch von hinten müssen dass wir jetzt packen irgendwie ja okay wir haben wir haben es gepackt läuft super der nächste speed hacker gut schon kriege ich eine sms wer drückt denn da f12 außer sein imaginärer freund ich muss mal kurz gucken so na das klappt ist auch hier oben das hat keinen sinn mehr da kommt mit mir gibt es hier komische das körper vielleicht noch mal für den humot einbauen sollte wäre wäre ja lief genau kurz bevor ich dich kille wäre kisten für mutanten dass die dann eine axt hätten oder sowas das wäre richtig geil oder oder mehr leben oder so ein power boost oder sowas ich weiß es nicht aber das wäre total cool okay schon ist zu ende ja ich hätte auch noch ein bisschen mit meiner mini drauf ballern können weil ich hatte da noch ein bisschen munition drin aber naja so schon hat man limited in der fünften runde weil man schon versucht hat zwei hacker zu kicken der eine ist wieder drinnen ja der ist wieder drinnen ist ein ägypter was soll ich damit damit bin ich nicht mobil ja die kannst du haben da ja hat dir viel gebracht äh warum geht der nicht zurück hallo warum gehst du nicht zurück kriegte erstmal keinen recall aber das ist so ein scheiß hacker und ich habe den alt kumpel weißt du aber was denn da los ja 11 scheiß pussy ja jetzt sitze ich hier ganz alleine irgendwie keine ahnung jaja komm nein das sind keine hacker das haben die alles im shop gekauft also diesen speed hack den kann man kaufen ja und äh und das andere auch das sind keine hacker ja was denkt ihr denn ja aha nun und der joint wieder rein was macht das denn Spaß für den typ der kriegt nicht mehr punkte dadurch gute der joint rein und wieder raus killt eine jointe wieder rein und oh heute ist wieder so eine rage folge ich will doch einfach ganz normal ein bisschen hero mode spielen ein paar mutanten den arsch aufreiße und mehr nicht aber das geht nicht wenn alter dieser oh ich krieg nen kollaps dabei alter 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 sehr wahrscheinlich hat er dann auch noch nen hack drinnen mit äh äh no also das ja doch er muss nachladen aber auch ganz schön schnell liegt danach mein bester freund der hacker so nenne ich die folge übrigens später werde ich noch gekriegt weil die denken dass ich sein kumpel bin oder so alter wie schnell danach liegt der typ ich trinke jetzt erstmal ein stück inneres Gewinne ach so das ist doch nicht normal und das geilste finde ich jetzt wenn ich gleich gekickt werde das ist eh das geilste wenn das so sein wird äh dann lach ich mir wirklich ein weg ey jetzt lässt er mich hier alleine was ne arschloch ey hahaha ah jetzt lässt er mich hier alleine zu geil ja ja und tschüss kumpel der ist weg und der kommt jetzt auch nicht mehr wieder rein zum glück so ja erste runde gleich ende super bringt super 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 fucking Alter, leckt der so oder was mit dem falsch? Ne, der leckt gar nicht. Aber der leckt ein bisschen, aber das ist noch das kleinste Problem würde ich jetzt mal sagen. Ja, nach der Runde mache ich erstmal wieder Schluss, dann mache ich noch eine für den nächsten Tag und vielleicht eine noch für den nächsten Tag, spiele ich noch irgendwas anderes vielleicht, mal schauen. Ja, keine Ahnung, was das soll, ey. Und das ist ja, das ist ja nicht drei Tage, das ist jetzt schon locker zwei Wochen oder so. So hardcore, beschissen. Ah, jetzt leckt das ein bisschen. Jetzt läuft es wieder flüssiger, ach, keine Ahnung, was mein Computer sich da manchmal bei denkt. So, jetzt zocke ich jetzt hier erstmal unten wieder drinnen. Kriegt noch einen schönen Freekill. Oder ich nicht. Warum gibt es den Hedgeup in der... Ja. Egal, jetzt ist draußen, ist eh nur noch der Hero, der jetzt hier reinkommt. Schieß doch, schieß doch. Ich muss nachladen. Ja, und jetzt könnt ihr auch auf zwei Minuten Dauercampen auf einstellen. Boah, die sehen doch, wenn der Hero rauskommt. Ist der Hero dumm, ey. Da sieht doch, wenn der rauskommt. Da brauchen wir nicht nur Warleg für. Ja, bist selber, bist selber schuld, wenn man den Hero auf der ganzen Karte sieht. Äh, falls einer weiß, was A7A heißt, A7A, heißt dann bitte mal Bescheid sagen. Weil, ich hab da so eine Ahnung, aber ich bin mir nicht sicher, weil manche Leute sagen, ja, das ist das, andere sagen, das ist das. Hier, Kumpel, ich muss nachladen. Schießen wir bitte für mich. Danke. So. Nö, du willst ihn nicht auslutschen. So, jetzt muss er nachladen, dann beschütze ich ihn. So macht man das immer zu zweit. Falls ihr mal hier unten seid mit dem Kumpel, und er das auch, und er auch Bescheid weiß, dann schießt ihr mal der eine, dann schießt der andere, in der Zeit kann der andere wieder nachladen. Und so weiter und so fort. Mano. Ja. Da hatte seine Gattlinge nicht genug Schuss. Ja, 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 ja. So, letzte Runde. Mal schauen. Ja, und ich krieg schon wieder Nachrichten. Nee, er ist unglaublich. den ganzen Tag erst ruhig, ne. Dann nehme ich mal auf, und dann geht die Party ab, ey. Was soll ich mit dem Kack? Oh, die Diegel, die ich schwirren, die habe ich noch nicht. Komm, zeig mal her. Okay, dann noch. Sorry, aber. Alter, ich will den Grapp schon. Danke. So, springen wir da rüber. Holen uns den. So. So, wo ist der letzte? Da drin ist er nicht. Oh, jetzt werde ich gewotet. Ich werde gewotet. Wie geil ist das denn? In der letzten Runde, weil ich ja Hacke. Ich bin der übelste Hacker der Welt. So, Runde Ende. So, äh. Gucken wir eigentlich. Mein Kumpel, der hat übrigens die Scarlight Gold gewonnen. Das ist auch nochmal. Gratuliere hier dran nochmal, falls ihr das guckt, was ich bezweifle. Aber egal. Gibt's irgendwas Neues. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wofür ich sparen soll, weil ich hab ja jetzt alle Gold, war vielleicht für die SL8 oder so. Ja, mit dem scheiß Punkten, den Kack brauche ich nicht. 8000, ich kann ja noch 5.000. was drehen, ne? Ich hab ja nur ein bisschen Geld. Oder soll ich mir ein G-Magazin holen? Nö, ich dreh lieber. Äh, hab ich. Hab ich auch nicht. So, ich hab die noch nicht. Aber ne, ich brauch nur Winchester. Weil dann hab ich mal Riven. Ach, scheiße, jetzt kann ich nicht. Ah, jetzt kann ich nur 4 mal drehen. So, 2, 3 und 4. So, mal gucken. Oh, toll. Das war jetzt fail. Ob ich diesmal mal wieder Glück hab. Ne Glock, supi. Ne Glock, ne Glock, ne Glock. Und noch ne Glock, supi. Ich brauch ne Winchester, Leute. Und weh, ich krieg noch ne Thompson. Oh, what the fuck? Ist da unten erstmal ne Thompson? Genau. Ja, schon klar. Und ich sag noch weh, ich krieg ne Thompson. Und dann, Alter, war das knapp, ey. Zum Glück hab ich sie nicht bekommen. Alter, war das knapp. Das war echt knapp, Leute. Ja gut. Wenn's euch gefallen hat, dann schaltet auch nächstes Mal wieder an zu einer weiteren Folge Let's Play Crossfire. Oder schaltet doch mal ein anderes bei, bei einem anderen Let's Play vorbei, wenn's gerade ein neues ist. Oder, keine Ahnung. Ich hab ja bis jetzt ne Kultfeier, aber mal schauen. Bis dann, wünsch euch einen schönen Tag und tschüss. Hey.